Was geht ab? Meine liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, das erste Mal wach bleiben. Wir schauen uns noch die anderen Songs, die gleich rauskommen. Heute vier Videos in der Nacht und am Freitag, also auch so gesehen heute, nochmal vier Videos über den Tag verteilt. Also, ich lade euch wieder herzlich ein, Freunde, die Einladung, wir sind versteckt. Ein Abo dazu lassen, wenn ihr wollt, das würde mich sehr freuen. Und jetzt geben wir uns erst einmal, Freunde, Jamule und Nico Santos mit Fastlane zusammen. Ha, eine ungewöhnliche Kombination, würde man fast denken. Ich sehe gerade, hier sind schon einige Szenen gerade. Eine ungewöhnliche Kombination, würde man vielleicht denken, wobei die vom Soundbild her, finde ich, gar nicht so krass verschieden sind. Wenn Jamule singt, hat er eine unglaublich schöne Engelsstimme, die Nico Santos eben auch hat. Aber sie kommt aus einem, ich würde sagen, unterschiedlichen Milieu eher, ja. Das heißt, ungewöhnlich, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das gelesen habe. Und ich freue mich jetzt auch drauf, Freunde. Wir geben uns, das Ganze ist unter anderem von Mixo und McLeod, das heißt, es ist schon mal ein Hit vom Beat her. Video ist eine all-different-Production. Wir hören rein, Freunde, Nico Santos x Jamule. Let's go, Mann. Ihr wisst, ich bin großer Jamule-Fan, ja. Ich bin Fan, Alter. Ich bin schon ein kleiner Fan. So, deswegen, ich freue mich sehr. Ist das Dagi Bee? Nee, ich dachte ganz kurz Dagi Bee. Ey, auch ein schöner Mann, Nico Santos, schöner Mann. Schaut ihn euch an. Allein für ihn gibt es schon mal ein Like jetzt hier. Ist das verrückt, ja. Ich nehm sie mit. War schon provokativ wie so. 25.000 Euro für eine Chip. Festgegen ja von 0 auf 100 die wieder zurück. Ist das verrückt, hey. Oh, hey. Hey, mehr will ich gar nicht von dir hören. Hi. Ey, was eine starke Hook von Nico Santos, Mann. Hallöchen, Popöchen. Ich muss sagen, einige Songs von ihm kann ich nicht mehr hören. So was wie Rooftop. Ich kann das nicht mehr hören, Mann. Zu oft gehört. Es läuft jeden Tag 80 Mal im Radio. Es sei ihm gegönnt, aber es hat sich ausgehört irgendwann. Schöne Melodie. Ey, schön, Mann. Ich mag es immer gerne, weil Anspielungen auf andere Songs gemacht werden. Mitternacht, Liebe in mein manchen Fach. Sie will nur mein Grab, doch ich find mich damit ab. Glaub mir, Liebe ist käuflich ge... Ey, ganz kurz, Mann. Dieses Brillengame von Jumo, das ist auch ein ganz anderes, ne. Also er hat gefühlt in jedem Musikvideo acht verschiedene Brillen. Ich will nur mein Grab, doch ich... Und die Weiße sieht actually nice aus. Die finde ich nicht so geil. Finde mich damit ab. Die Weiße hat irgendwas. Mir Liebe ist käuflich, ich geb zu viel Geld aus. Nimm sie mit nach L.A. und kaufe ihr L.V. Sie sieht nicht wie ne 10, sondern wie ne 11 aus. Sie will nicht nur die Sterne, sie will den Weltraum. 3 Uhr mit der Gumm... Also nächstes Mal, wenn ihr noch ein paar gutaussehende Models in Dessous braucht, ruft mich an. Ich komm sehr gerne vorbei. Ich mach's auch umsonst. Wir wachen im Hotel auf. Madman Kopf ist gut. Labdance fix. Ey, er hat hier wirklich, ich glaube zu... Ich hab versucht mit zu zählen. 4 Songs, 4, 4 Song-Einspielungen sind schon drin gewesen, Alter. Schöner Flow-Change. 100.000 Euro nur für einen Trip. Ist das verrückt? Ich nehm sie mit. Oh, wie er reinkommt. Er weiß es auch. Was ich bei Indigo wirklich fühle, muss ich sagen. Dieses Raue in seiner Stimme. Er hat so eine... Es hört sich manchmal ein bisschen... Nicht erzwungen. Erzwungen ist ein starkes Wort. Aber so ein bisschen, als ob er es noch rauer machen möchte, als sie eigentlich ist. Aber diese raue Stimme von ihm gefällt mir einfach, Alter. Da guck ich so, wie gerade Jamula im Hintergrund guckt. Oh, guter Stimme. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier ne halbe Modenschau haben. Aber ich möchte mich allerdings auch nicht beschweren, Freund. Ich bin nicht in der Position, mich zu beschweren gerade. Wundet ihr wieder zurück? Ist das verrückt? Das hier wird kein Picknick. Das hier wird ein Trip mit. Jambo the Kid und ich schwöre. Ich mach dich glücklich. Wir zwei auf dem Rücksitz. Ignorier das Blitzlicht. Die Scheiben sind blickdicht. Und sie singt mein Hit mit. Sie mag Kicks, Kicks. Oh, ey. Ich fühle den Song gerade diesen Vibe, Alter. Es ist nicht dieses... Es ist schwer zu erklären, aber es ist gut, dass Nico Santos mit drin ist, weil er irgendwas Frisches mit reinbringt. Irgendwas Frisches, Freund. Er hat so ein Raumspray dabei gefilmt. Oh, da wurde sich verliebt, Freund. Die heiraten morgen. Ich seh's doch hier. Heirat. Freunde, hier, das war der Moment, wo sie sich verliebt haben. Oh, man. So hab ich auch geguckt, als ich mich in Jamula verliebt habe. Ich bin ganz ehrlich, Freunde. Da bin ich ganz early mit euch. Ja, da war... Ja, ja, verliebt. Verliebt. Heirat. Ich bin eingeladen, hoffe ich. Oh, ist ein Hit. Ist ein Hit. Es ist wirklich verrückt. Oh, dieser Hook ist erstmal ein ultimativer Ort, wie man das von Nico Santos gewohnt ist. Und er passt auch voll gut rein. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es nicht ganz passt, weil ich ihn eher so als Good Guy in Erinnerung habe. Und gerade in so einem Musikvideo, ich hätte ja nicht gedacht, dass er so gut reinpasst. Aber er passt, Freunde. Wie angegossen. Ist das verrückt. Ich hätte mir am Ende jetzt noch einmal, ist das verrückt gewünscht und das nochmal ein Beat einsetzt als Outro. Hätte ich mir gewünscht. Da hätte ich nochmal auf den Beat gesurft ein bisschen. Aber nice, man. Hit. Ist ein Hit. Jamula X Santos Fastlane. Sehr, sehr nice. Ey. Ungewohnt, dass mal keine Hook von Jamula kommt. Weil man das eigentlich ja immer bei ihm gewohnt ist. Und dass jetzt Nico Santos mit dabei ist. Aber wie gesagt, am Anfang so ein bisschen, na, mal sehen. Aber es hat gut funktioniert. Es hat sehr, sehr gut funktioniert, Alter. Crazy. Ich habe das Musikvideo nicht ganz verstanden. Ich will es aber auch gar nicht in Frage stellen. Wir nehmen es so, wie es ist und freuen uns darüber, wie es ist. Ja, aber Spaß. Beseitig, Mann. Sehr, sehr stabiler Song. Es kommt eine gute Atmosphäre auf. Die beiden passen unglaublich gut zusammen. Habe ich mir aber im Vorhinein auch schon gedacht, wenn die was zusammen starten, dann wird es nice. Man hat nicht damit gerechnet so irgendwie. Aber als ich es dann gesehen habe, dachte ich mir, okay, es wird nice. Und es wurde es auch. Unglaublich schöner Part. Der zweite Part von Jamula hat mir ein bisschen mehr gefallen als der erste, finde ich. Weil er da wieder auch mit seiner tieferen Stimmlage rangegangen ist, die ich sowieso ein bisschen mehr fühle bei ihm. Und die beiden haben ein gutes Duo abgegeben hier. Die sehen so aus, ob es ihnen Spaß gemacht hat, ob sie das wirklich gefühlt haben. Und ich bin sehr zufrieden, Freunde. Ja, allgemein. Gerade Jamula einer der Leute, die ich am meisten fühle. Gerade auch mit Madman oder auch bei XXL. Ganz, ganz heavy. Schreibt mir eure Meinung gerne rein, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.